Hallo liebe Wohnmobilfreunde und Videofreunde! Ja, da haben wir ja ganz schön einen rausgelassen. Also mit so viel Resonanz haben wir überhaupt gar nicht gerechnet und wir möchten uns einfach mal jetzt, also ich möchte mich im Namen auch für Michael, wir haben vorhin telefoniert, ganz ganz recht herzlich bedanken. Das finden wir super toll und wir haben so viele nette Zuschriften bekommen und ihr seid so auch mit dem Herzen, das sieht man halt eben auch, dass die Wohnmobilisten halt einfach auch immer mit dem Herzen, was das betrifft, dabei sind. Und wenn wir dann Kommentare kriegen, schaut euch nochmal den an, schaut euch den nochmal an, schlaft nochmal eine Nacht drüber, fahrt erstmal in Urlaub damit und so weiter und so fort, lasst euch Zeit, guckt mal den noch und so weiter. Und das finden wir also total super und wir freuen uns darüber und ich habe auch wirklich jedes einzelne Video, also beziehungsweise jeden einzelnen Tipp, den ihr uns gegeben habt, angeschaut. Da waren mitunter eben Modelle dabei, die wir auf der Messe schon gesehen hatten, aber wir sind bis jetzt immer wieder zum Malibu zurückgekehrt und das hat verschiedene Gründe und ich wollte euch jetzt einfach auch mal so den Unterschied vom Piccolino zum Malibu zeigen oder vom Unterschied von dem jetzt teilintegrierten dann zum Kastenwagen, weil das ja auch völlig berechtigt ist, eure Bedenken und so weiter. Und wahrscheinlich der eine oder andere denkt, na jetzt hat sie es nicht mehr alle, jetzt hat sie völlig im Knall. Erst sagte, die will eine komfortablere Küche haben und jetzt will sie auf Kastenwagen gehen, die spinnt jetzt total, ja, und die wissen nicht, was sie wollen und so weiter und so fort. Dazu muss ich erstmal sagen, also wir haben von Anfang an zwischen Kastenwagen und dem Piccolino gewählt. Wir haben uns Karmann-Kastenwagen angeguckt und die haben uns also nicht so zugesagt. Und dann kam der Herr Wendisch an mit dem hier und dann hat man gesagt, wow, ja, der ist echt gut, der hat ein tolles Raumkonzept, tolles Raumgefühl, das hat er auch nach wie vor. Und dann sind wir auf dieses Auto umgestiegen. Aber es war von Anfang an so ein bisschen in unserem Kopf drin. Es gibt jetzt Kastenwagen und Kastenwagen, also man kommt in Kastenwagen manchmal rein, da sind wir einen Meter reingegangen, da sind wir sofort wieder raus, weil einfach das Konzept nicht stimmt, weil man sich wirklich eingeengt fühlt. Das Gefühl haben wir halt erstens mal beim Malibu nicht und das erzähle ich auch euch nachher nochmal, warum. Und dann ist es so, ja, also ich meine, man macht doch nicht immer gleich alles richtig und man lernt doch auch irgendwie dazu. Wir haben zum Beispiel im letzten Jahr dazu gelernt, dass wir halt auf gar keinen Fall mehr große Wohnmobile im Moment haben wollen. Davon sind wir völlig abgekommen, was uns früher lieb war oder was wir gedacht haben, dass es toll ist, finden wir heute überhaupt nicht mehr toll. Und vielleicht später ändert sich das alles wieder mal, das wissen wir nicht, aber wir haben noch bis zur Rente vier Jahre, viereinhalb Jahre Zeit und für diesen Zeitraum möchten wir jetzt erstmal kein großes Wohnmobil haben, auch weil wir hier vorm Haus dann nicht stehen könnten. Wir müssten entweder alles hier komplett vorm Haus umbauen und umrüsten und das ist ja auch nochmal so eine Geschichte. Und dann kommt noch ein wesentlicher Aspekt dazu. Wir hatten letztens ein Gespräch gehabt, wo wir unterwegs waren mit einem anderen Paar, da ging es um was ganz anderes, um Urlaubsreisen im Allgemeinen. Und mir kam halt darauf, dass ich halt also ungern fliege, weil ich Flugangst habe und habe dann so gesagt, na, da bin ich lieber in unserem Wohnmobil unterwegs und da bin ich auf dem Boden und da fühle ich mich sicherer. Und dann sagte dann der Mann zu uns, ja, habt ihr eigentlich euch mal die Wohnmobile angeguckt, wie die aussehen nach so einem Unfall? Also da bist du überhaupt nicht sicherer. Also da passiert noch viel mehr auf der Straße, das weiß ich ja auch. Aber ich habe das Gefühl halt, wenn ich auf dem Boden bin, fühle ich mich halt wohler. Ja, und der hat dann aber das losgetreten, wo ich dann hinterher mir erstmal Gedanken gemacht habe und im Internet gegoogelt habe und nach Sicherheit so von so einem Wohnmobil geguckt habe und mich dann doch ganz schön erschrocken habe. Und da hat halt auch einfach so ein Kastenwagen von den ganzen Wohnmobilen am besten abgeschnitten. Natürlich ist man da nicht 100% sicher und das weiß ich auch. Aber es geht einfach darum, also etwas sicherer ist er schon. Und so fing das an, dass wir uns immer mehr ein Stück nach dem anderen Gedanken gemacht haben und so weiter und so fort. Und das ist ja ein langsamer Prozess gewesen, der ist gewachsen. Das ist nicht einfach, dass ich hier heute und am nächsten Tag gesagt habe, ich will jetzt einen Kastenwagen haben und jetzt fahren wir los, jetzt kaufen wir einen Kastenwagen, weil einfach mal die Frau die Idee hat, jetzt kriegen wir mal einen Kastenwagen, kriegt Frauchen mal einen Kastenwagen. Nee, also so ist es nicht. Wir haben das schon zusammen besprochen und wir haben auch relativ lange überlegt, sind dann eben dorthin gefahren und haben uns diesen Manibo angeguckt, weil wir auch auf der Seite von Iris und Uwe Swomowelt immer mal reingeschaut haben, wenn die ihren vorgestellt haben. Und auch gesagt haben, also wenn ein Kastenwagen, dann dieser und so war es dann auch auf der Messe letzten Jahres, wo wir drin standen und da hat selbst Michael gesagt, also wenn mal ein Kastenwagen, sagt er dann sowas. Und das ist auch hängen geblieben bei uns irgendwie. Und dann sind wir jetzt zum Malibu gefahren, haben uns den angeguckt und fanden den toll. Jetzt kam ja der ein oder andere Kommentar und die dann gesagt haben, ja seid ihr verrückt und dann wird es ja noch kleiner. Und überlegt euch das gut. Ich weiß, das ist alles ganz gut gemeint und wir freuen uns auch drüber. Aber wir haben uns auch ein paar Gedanken selber dazu gemacht. Und man darf ja nicht vergessen, wir leben ja jetzt auch nur auf 5,99 Meter. Das Einzige, was jetzt ist, natürlich, dass er breiter ist. Aber ich will jetzt mal gleich so ein paar einzelne Punkte rauspicken, wo ich den Malibu besser finde. Und ja, wo ich vielleicht auch den Piccolino besser finde. Deswegen habe ich gedacht, ich erkläre euch das vielleicht nochmal oder wir vergleichen einfach nochmal den Malibu mit dem Piccolino. Und das fängt einfach schon alleine an in der Küche. Schaut, ich habe hier eine Fläche, die ist recht tief. Ja, also es ist schon Platz hier. Aber ich muss auch nochmal meine Liste ein bisschen aufmachen. Ich habe mir nämlich so ein paar Stichpunkte geschrieben, weil man vergisst ja auch immer viel. Ein Schluck Abhol noch, Brust. Ja, also wenn ich jetzt hier am Kochen bin, ich brauche meistens ja irgendwie doch auch die Spüle. Ich frage mich allen Ernstes, warum stellen dann nicht alle Wohnmobilhersteller sowas her, dass man zum Beispiel hier in diese Glasplatte anstatt einer Glasplatte auch ein Brett drauf macht. Ja, dass man eine Abdeckung hat, die auch ein Schneidebrett hat. So, dann hätte man hier schon mal eine super Arbeitsfläche. Die könnte man mit nutzen. Ja, so muss ich immer hoch und runter klappen. Ja, und das ist halt, habe ich festgestellt, Glas ist auch empfindlich. Du musst dann immer erst was draufstellen, bevor du einen Topf oder irgendwas hier draufstellst, weil sonst gibt es Kratzer. Und das ist ein bisschen ungünstig. Dann haben wir ja hier die drei Flammen, die wir nie nutzen können. Ja, weil man kann immer nur zwei Flammen nutzen. Zwei Töpfe nebeneinander passen einfach nicht. Also könnte man hier schon mal einen Zweiflammenherd machen und hätte hier vorne auch noch mal ein bisschen Fläche. Das wäre wenigstens schon mal ein bisschen was. Ich habe mir übrigens auf, einer hat uns erinnert, dass wir ja diesen Wenn vorgestellt haben, den Bürstnern. Und das stimmt, das ist uns dann auch eingefallen. Und ich habe mir mein eigenes Video noch mal angeguckt, aber der hat auch keine größere Küche. Das ist ein kleines bisschen an der Seite und hier vorne ein Stück, aber mehr ist nicht. Hat den Kühlschrank unten und hat auch nur eine Seite Schubflächer. Also ich glaube, von der Arbeitsfläche her wird das nicht so sehr viel mehr als auch in so einem Kastenwagen. Was beim Kastenwagen natürlich ist, ist, dass das ganze Stück dann hier fehlt und die Küche wesentlich schmaler ist. Aber brauche ich das denn hier? Brauche ich diese Tiefe unbedingt? Ich glaube, die brauche ich nicht. Viel wichtiger ist ja Arbeitsfläche. Und da finde ich das Brettchen, was der Malibu hat, also schon mal Gold wert, weil man da wieder was draufstellen kann. Dann kommt hinzu, dass dann der Tisch direkt daneben ist. Also man kann so wie im kleinen Karree arbeiten. Ähm, das ist jetzt doch noch mal ein Meter zu dem Tisch hier hin. Und ähm, ähm, ja, und man hat halt diese Schubflächer. Jetzt kam natürlich auch der Gedankengang und den kann ich auch total nachvollziehen, weil den hatte ich früher auch. Äh, keine Schubflächer, also ganze Schubflächer, weil man dann immer zur Seite gehen muss. Ja, das hatten wir schon mal in einem Auto gehabt. Und das fand ich also nicht so prickelnd. Ähm, jetzt ist die Küche, glaube ich, etwas schmaler als in dem, was wir damals hatten. Und man kommt also trotzdem auch in den hinteren Bereichen halt eben dran, weil man spart noch mal in der Mitte, wenn man die jetzt teilt, die Schubflächer, ist doch noch mal so ein Stück, was dann wegfällt. Und das spart man sich halt einfach. Und da muss man halt den Kompromiss eingehen und beiseite gehen. Aber, was ich jetzt machen muss, ist, zum Beispiel, wenn man viel kocht, und wir kochen ja relativ oft auch, wenn ich hier unten in dem Schrank bin und ich möchte hier unten an das Hintere ran, ja, also ich habe jetzt hier hinten Töpfe und hier vorne noch mal einen Töpfe und ich will die Pfanne hinten rausholen oder irgendwas, muss ich alles ausräumen, muss mich dazu auch richtig tief runterböcken oder meistens knie ich mich sogar hin, räume alles raus, hole mir die Pfanne, stell die hier rauf, räume wieder alles rein und dann später nach dem Abwaschen genau das Gleiche. Also wieder alles rausräumen und dann wieder reinräumen. Und das ist der Vorteil halt bei Schubflächern. Da ziehst du auf und stellst es rein und gut ist. So, dann haben wir, schaut euch mal jetzt an, wir haben hier einen Gang. Jetzt haben wir das hier offen, weil das Bett hier ist. Ja, wenn jetzt aber hier Ende wäre, ist das auch nicht breiter. Also wir können hier auch nicht aneinander vorbeigehen. Ja, wir können das, weil das Bett hier ist, dass man dann sagt, okay, einer zwingt sich hier hinten so irgendwie vorbei, aber aneinander vorbeigehen, so können wir auch nicht. Es ist genauso schmal eigentlich auch wie im Kastenwagen. Es ist halt nur offen wegen dem Bett. So, das Bett hat jetzt 1,36 Meter. So, dann fehlt hier vorne ja auch noch ein kleines Stückchen bei mir. Das stört mich aber überhaupt nicht. Dann haben wir im Mali, wo hätten wir, sagen wir mal so, 1 Meter, mindestens 1,80 Meter, weil der ist 2,05 Meter breit. Jetzt rechnest du auf jeder Seite vielleicht 10 Zentimeter weg. Bist du bei ungefähr 1,80 Meter, 1,85 Meter Bettbreite. Ich glaube, die haben sogar gesagt, es ist noch ein bisschen breiter, aber das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Auf jeden Fall ist es deutlich breiter als jetzt. Und man hat zwar dann innen diese Aussparung, aber das stört ja nicht großartig. Wir haben es ausprobiert. Also wir haben wesentlich breitere Fläche zum Schlafen, weil wir nutzen jetzt das Hubbett. Wir haben es noch nicht ein einziges Mal benutzt. Das wollten wir ja unbedingt haben, falls einer krank wird, weil wir das schon mal hatten. Und dann war es angenehm, wenn einer ein bisschen Abstand zu dem anderen hatte. Aber jetzt haben wir ja dann, wenn wir das Auto kaufen würden, auch etwas Abstand zueinander und liegen nicht direkt so nah aneinander wie jetzt. Und dann haben wir auch genauso Fächer, die sind vielleicht ein bisschen niedriger, aber von der Breite her genau das Gleiche haben wir dann auch vier Fächer im Malibu. Haben dazu noch die Ecken, die Eckfächer und vorne das frontale Fach. Also sogar noch ein Fach dann mehr. Haben dafür natürlich oben die Ablagen nicht, aber dafür haben wir ja die Seitenfächer. Die sind auch wirklich recht tief und groß. Und in der Mitte nochmal das Fach. So, dann, also haben wir da auch keine Einschränkung, wollte ich nur damit sagen. Ja, und Kleiderschrank, also der Kleiderschrank ist ja jetzt hier bei uns. Ich hole euch mal hier ran. Der Kleiderschrank ist ja jetzt hier bei uns. Den haben wir uns so gelöst, indem wir ja auch noch ein paar Fächer mit eingebaut haben. Ich hoffe, man sieht das. So, und das haben wir ja dann nicht, die unteren Fächer. Aber dafür haben wir ja dann die Schubfächer in der Küche. Und das Fach dann ist, also mit Sicherheit, wenn nicht doppelt so groß im Malibu, aber noch mindestens so bis hier, wo die Kante hier ist, wo das aufhört. Also so breit ist mindestens der Schrank im Malibu. Der ist wirklich recht groß, der Kleiderschrank. So, dass wir auch da keine Einschränkungen machen. Ja, und dann ist es halt so, dass es auch hier, also wenn man den Sitz dann rumdreht, dass Michael eigentlich nie richtig am Tisch dran sitzt, weil wir ja auch den Hund unten drunter noch lagern. Das haben wir dann aber auch. Allerdings haben wir dann eine etwas längere Fläche vom Tisch. Also da fehlt, also hinten dieses Stück, zeige ich euch gleich nochmal, das ist ja dann weg und da haben wir einfach dann ein bisschen mehr Platz, so dass wir uns halt auch ein bisschen mehr Beinfreiheit versprechen. Also Michael hat hier nicht viel Beinfreiheit, der sitzt ziemlich eng dran und sitzt eigentlich immer, das habt ihr ja auch schon oft gesehen, oft seitlich und ist auch. Und ja, das ist nochmal so ein Punkt, den wir da, also in der Dinette, echt wirklich schön fanden. Die ist recht groß, wirklich großzügig und eine Stufe haben wir hier auch. Die zeige ich euch mal. Hier in unserem Wohnmobil, da ist auch eine Stufe drin. Hat uns nie gestört, wir sind noch nicht einmal über diese Stufe gestolpert. So, und hier liegt ja Dolden drin und da hinten seht ihr, da ist diese, da ist, ja, was ist da verbaut? Die Heizung oder irgendwas ist da verbaut. Und das ist ja dann im Madibu zum Beispiel nicht dieser Absatz. Dann haben wir bis hinten zur Wand hin Platz. Also wesentlich mehr Beinfreiheit als jetzt. Haben auch noch den dünnen Fuß. Also ist deutlich mehr Platz, sodass Dolden auch da unten drunter schlafen kann und wir vielleicht trotzdem die Beine sogar noch ein bisschen ausstrecken können, weil das kann man eigentlich jetzt so gut wie gar nicht. So, und das hier im Bad, das ist wirklich so, das kann man wirklich so sagen, dass das Bad hier natürlich sehr, sehr gut gelöst ist, weil es hinten an der Wand ist. Und wir haben da hinten dann den, den Stauraum nicht mehr, dieses Staufach. Und wir haben dann auch kein Fenster drin, was mich allerdings überhaupt nicht stört, muss ich sagen, es interessiert mich gar nicht. Aber gut, manche mögen es unbedingt haben. Ja, wir haben hier auch ein kleines Waschbecken, aber unten drunter ein größeres Schränkchen nochmal als dort. Und wir haben nach oben hier halt eben die Freiheit. Ja, weil in der Mitte, das kann es mal halt zusammenklappen, die Dusche, also die ausklappen, die Duschkabine, dass man auch einen getrennten Duschraum hat, der allerdings wesentlich kleiner ist, als der dann im Madibu. Der ist dann größer, der Duschraum. Also es hat alles sein Für und Wider und ja, also perfekt, wie gesagt, ist halt eben nichts. Ja, hier möchte ich euch auch nochmal unsere Garage zeigen, die jetzt schon ein bisschen vollgepackt ist für unseren Urlaub. Ich muss ja immer mein ganzes Brot hier mitschleppen und habe schon Vorsorge getroffen, paketeweise Brot schon eingepackt. Das hatte man mal ein glutenfrei leben, muss nicht ganz so einfach. Ja, also ihr seht hier, die Garage ist wirklich schön vom Pegolino. Ja, die ist auch wirklich recht groß, hier passt jede Menge rein. Aber auch dort haben wir dann die gleiche Garage, weil die Länge ist ja die gleiche, das ist so lang, wie das Bett ist, auch dort im Madibu und die ist sogar noch ein Stück höher dann. Wir haben dann also von der Höhe her nochmal ein bisschen was dazu. Was wir halt nicht haben, sind diese schönen Fächer, die hier drin sind. Da müssen wir uns dann halt mit diesen Europakisten behelfen, aber auch dort werden wir keine Einbuße haben irgendwo vom Platz. Ja, wir sind ja auch mit unserem Pegolino von der Einrichtung her zufrieden. Es ist halt dieses Gesamtbild, wenn man hier reinkommt, dadurch, dass er breiter ist natürlich, ist größer das Raumgefühl. Aber letztendlich vom Platz her, so viel mehr Platz haben wir auch nicht. Und er ist auch nur 5,99 Euro halt eben lang. Ich glaube nicht, dass wir uns so großartig verschlechtern, wenn wir also diesen Malibu kaufen. Und ich wollte noch sagen, der Malibu, was der auch hat, was uns sehr gut gefällt ist, wo hier also der Kühlschrank ist, der geht ein Stück zurück, der Kühlschrank. Also der ist um so ein Stück nach hinten geschoben. Und dadurch, dass das Bad hier auf der Seite, das ist ja so ein bisschen halb rund gestaltet, wenn man die Tür aufzieht, hat man dann halt natürlich hier hinten auch noch mal ein bisschen, vielleicht so viel mehr Platz. Und hier noch mal so viel mehr Platz, ergibt vielleicht so ein Stückchen, ist aber halt schon wieder ein Stückchen mehr, wo man Bewegungsfreiheit hat. Also wir haben nicht im Malibu gestanden und wie bei manch anderen Kassenwagen, wo wir gesagt haben, da sind wir gleich wieder raus, da haben wir gesagt, das geht gar nicht. Ja, also weil ich habe mir dann hinterher manchmal gesagt, nee, also Kassenwagen, das fällt für uns definitiv aus. Bis wir dann dort drin gestanden haben und ja, was sollten wir jetzt machen? Jetzt hatten wir Pecolino gekauft, also brauchten wir uns darüber überhaupt keine Gedanken großartig zu machen. Haben wir uns auch nicht näher angeguckt letztes Jahr. Wir haben nur gesagt, wenn Kassenwagen, dann Malibu wäre unser Favorit. Ja, deswegen, also ich glaube nicht, dass wir uns verschlechtern, auf gar keinen Fall mit dem Malibu. Uns gefällt hat das Wohnambiente mega gut. Also es ist einfach das, für mich ist es nicht zu toppen. Aber er hier, also Pecolino hat auch ein schönes Möbeldesign und auch hier das mit den Abwendungen, das fand ich total gut. Das hat ja Malibu auch, hat ja auch alles abgerundet, die ganzen Schränke. Und ja, der hat halt eben nicht diese Isolierung, die der Malibu halt eben hat. Und die Isolierung ist ja von der Außenwand zur Innenwand im Malibu, zwei Zentimeter Schaumisolierung ist dort drinne. Und dann hat er ja nochmal dieses Ganze, diese Verkleidung mit dem Mikrofaserstoff. Und dieser Mikrofaserstoff, der ist also auch gedacht für Schwitzwasser. Das ist atmungsaktiv, dieser Stoff. Und dämmt gleichzeitig eben auch ein bisschen noch die Räumlichkeit. Die haben das in den Schränken drin, habt ihr ja gesehen. Also da klappert nicht so viel, ist nicht so laut alles. Das hat mir also sehr, sehr gut gefallen. Und hat halt eine wunderbare Akustik innen drin. Und das sind so die Details. Das ist so, das ist so, das macht es halt besonders. Und dann passt die Garage, die ist schön hoch und groß, ist nicht so flach. Also für uns ist es einfach, wenn ein Kastenwagen, dann diesen. Ich hoffe, ihr könnt es vielleicht jetzt ein kleines bisschen besser verstehen. Und ja, wir lieben unseren Piccolino trotzdem. Und ihr könnt mir glauben, dass wenn der mal weggeht, dass da einige Tränen fließen werden. Es ist unser allererstes Wohnmobil. Da hängt mein Herz trotzdem sehr dran. Wir machen uns die Entscheidung nicht einfach. Es ist nicht einfach so, dass Frauchen mal daherkommt und sagt, hier ein neues Auto hätte ich gerne und so weiter. Nee, das ist schon sehr, sehr gut überlegt. Und es muss auch wirklich ein Auto sein, was dann unseren Wünschen wirklich entspricht. Und mir wird es sehr, sehr wehtun, wenn der hier weggeht. Da werden einige Tränen fließen. Das könnt ihr mir glauben. Also ich mache mir es nicht einfach. Und ich hoffe, ihr könnt das jetzt vielleicht ein bisschen besser verstehen, warum wir in diesem Gedankengang kamen und warum wir uns dieses Auto angeschaut haben und warum es eventuell oder wahrscheinlich in diese Richtung gehen wird. Ich wollte euch das nochmal erklären. Also, lieben Dank fürs Zuschauen und bis bald. und schreibt uns einfach weiter in den Kommentaren eure Gedanken. Da freuen wir uns drüber. Herzlichen Dank nochmal und bis nächste Woche zum Start, hoffentlich nach Norwegen. Tschüss! coisa a